Musik 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 Samstag Ich frage mich, was ist eigentlich demokratie. Ja, wir sind alle eins also der zähne vom family die mich voll fertig macht ja ich weiß nicht ob die irgendwie drogen genommen haben also die charakter aber irgendwie drogen genommen oder wie sie tun für die zu halluzinazier hallo so wie eine typen sich irgendwie so eine toilette verwandelt mit einfach so ja nämlich mal eins für die dinge die munition die wird auf lauer aufgefüllt also könnte ja theoretisch öfter damit schießen einmal panzer also oder machen wir erst die stürmer kaputt und dann gucken wir hier aber noch schaffen dieses der ganz gläschen das hat hier von symbol sehr kommunikationsgerät spritzen liegen spritzen ja ich habe die taschen habe ich schon mal hinter mir sind spritzen ja dann tun wir ihn erst mal so ausfindig machen gucken ob hat da war ein loch da habe ich eine granate rein geworfen ich weiß nicht warum das recht so die alles oder in sie schon sicher die ersten frau jetzt mal jetzt ohne wahl schrug gewert wird aber schon relativ weit noch reichen finde ich mal ist da für ein fähig manische jetzt eine menge magazin motionen und ist eine probe ja mal versuchen wir mal was hat hier machen wir das so du hast recht durch das linke versuchen jedenfalls aber ist das schon wieder so einer schon wieder sind direkt durch stück die panzerabwehr dinger die panzerabwehr dinge na warte ich kann versuchen das hier stück das hat nur so zum leuchten okay so jetzt bitte ihn kaputt machen es geht mal meine proben ja okay weil da war meine sogar aufgenommen panzerabwehr aus panzerabwehr ich glaube ich glaube ich habe sie ja ja okay so ohne probe so weiter rein wir sind gerade erst mal ja am eingang ich tue mal ein nachschub im platz hier wenn es geht wegen spritzen und so natürlich gut wenn man den typen als erstes finden die dann direkt abknallen können du hast auch ein präzisionsgewehr damit nicht so hier sind glaube ich löcher kann man schleichen irgendwie so damit die uns nicht hören ja man ich glaube er ist irgendwo ist er hat also war ich glaube ich sage soll ich den abschließen einmal versuchen ich glaube da war für mich aber auch schon wieder meine proben verloren machen ja lass mich wir sind ja fertig gehen wir sind ja fertig gehen wir zu den nächsten weg weil ich bin ich auch nicht gelandet naja was du gar nicht hatte da irgendwo stehen ich würde sagen wir sind ineinander gelandet erledigt von unbekannt war 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 das war gut das verstärkungsbudgets verfügbar sie werden nicht eingeschickt sie werden nicht eingeschickt haben wir werden mein geschützt platziert die freiheit aber jetzt muss ich schon nicht mal die motion einsammeln aber auch wie das ist ja noch ich meine wir sind ein paar mal gestorben aber ich habe lediglich ich würde gerne nachschub platzieren für spritzen und so gleich fertig ist ich habe bei dir jetzt auch ist das jetzt auch gerade am sport bei dir nachschub der panzer hat ich glaube nicht spürzt mich so das ding zu spawnen ja klar das ding zu spawnen das unendlich nehme ich mal an das ist dann lässt auf der linken seite lässt wenn man am leuchten hier ist nichts irgendwie ist ja nichts wo bist du stück ich würde ihn auch erst gerne sehen bevor wir eigentlich ja wohl ein kollege das ding das hat aber das hat felsen langsam langsam ich finde nicht ich höre über andere fischer weil sie voll am leuchten so wo bist du stück na was ist los ja ich habe kampfmusik ich komme ah nein ich bin die springen an machen einen schaden genau die dreck sofort los machen noch mal schaden ich würde es mal ab ich meine also irgendwo in der nähe wo die nester sind da geht wo bist du ich höre überall fischer aber na mein kalt da komme ich mir mal hin da ganz noch mehr ich mache im plat oder noch einmal stellhalten kollege klar ich glaube ich habe dabei ich okay ich glaube ja wieso ist er noch neben die schießen jetzt oder nein nein meine aber das war mir ja jetzt weg von hier mit okay okay gut gemacht gut gemacht ich habe gesehen wie er dann dürfen seit da habe ich noch eine bombe reingeschmissen das war das war ja nachher mein manchmal geschickt meine maschine wäre mein gott ich denke mal nicht haben wir brauchen jetzt mal der granatwerfer ne ich finde ich da so mein gott ja bei dann kriegen ich so klasse na da war beide 1 gegen das klasse ja alles gut ne obwohl er wieder wie effektiv ist der ding ist nicht dadurch gestorben ja das hat er nach dem geld kriegst du noch einmal aber kannst du wissen es mit der motion auffüllen für was war das was war das so wir können erzählen wir können dazu gehen wir ganz gläschen eingehen ja 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 ich muss mehr sich ja geil ne ja auch ein geiles weise nicht dann wäre ziemlich arschig aber okay wenn dann wird massakiert und sagt geil clever immer leise da klappt auch schon wieder so ein dicker ehrlich aber der kollege ausgezeichnet muss gar nicht einmal kaputt machen müssen dann muss mir den dicken erledigen das mal hat hier leute fest einfach mal das leute ich denke irgendwie sehe ich hier nichts mal für karte dann gehen wir zum evakuierung ging auch in der menge leute ich sehe dass keine spritzen oder du bist irgendwie so das leben ja ich war mir rück dahin zu wissen ich habe einmal so ein blaues lichter auf einmal es leuchtet blau mal auch schon bock das spiel relativ am anfang den trailer gesendet das ja 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 action verband oder irgendwie soweit die charaktere exiled hat irgendjemand von gesagt im trailer ich würde eigentlich darüber springen was passiert jemand auf die container drauf springen das kann mir auch eine adle auffüllung holen ich bin ja sicher nein ich wollte da oben aufwerfen hd kriegen mich nicht mehr loschen aber ich auch mal herum ich muss den ganzen bild ja schon hier der lange arme der gerechtigkeits trophäe auf der ding zerstören zu wollen das ist eine explosion passiert also ab weggeflogen sich was hat hier pro force okay da liegt doch relativ gut so viel geld schon wieder da zwei ich weiß nicht wofür ich kann die trophäe bekommen haben aber nicht was ich gemacht habe ich habe ich habe einen hecht schwung gemacht machen sie 100 sprünge aber gut wie ich auf dem container gesprungen bin ich habe da war eine granat von mir oder so ich weiß es nicht alles was ich wusste ist ich war bei meiner luft mission noch schnell haben wir erst 12 proben mein gott wir brauchen wir brauchen 60 von der erste dinge hier ich gar nicht möchte mal ob ich da brauche es wurde erneut schraubner bei der rotfänger die abklingt zeit der adler taktik ausrüstung da ist auch nicht schlecht gibt vielleicht irgendetwas so im sinne von du nimmst weniger schaden dabei nehme ich nicht schenke aber gerade von geschützt reden ich bin mir mal zweiter geschützt auch ich hoffe ich kann zwei von denen mitnehmen dann nehme ich das andere auch mit wenn du aus seinen raketen dafür mit ok jetzt mal müssen wir auch noch eine illegale übertragung in bänden eine illegale propaganda übertragung wurde in dieser gegend zurück verfügt von uns ja ja jetzt will ich sehen kann ich beide meine geschütze packen ja ich meine maschinen aber wir nehmen ja raketenwerfer ne mancher kann ich meine maschinengewehr ok wie tue ich das ding jetzt wieder entfernen da so ich habe einmal orbital strikes ja jetzt kein mg naja von geonosis hier hat es wie ich das ist ein bisschen zwei na gut guck mal entfernt ich würde dich bitten links zu platzieren okay okay so gerüstet jetzt kommen wir mal wir sind schwer zu erkennen manchmal glänzende sich um das hier dann wieder geld punkte seltene probe wenn wir sowas von verlieren schon wunderbar diese orange dinger waren auf höheren schwierigkeitskrankung als bessere proben würde ich doch ist doch hier in der richtung aber sind auch dicke dinger sehe ich gerade so war so nach der arbeit wenn da rechts von uns ist auch so ein nest nämlich da will ich mal ein orbital schlag einpacken jetzt geht es geht natürlich nicht kaputt ich brauche jetzt über den gepanzerten hier geht auf den kloß steckt der gerade wird mir gemacht wollte ich die halbe karte geflogen dann gehe ich schon mal in die richtung nein wo sei der viele auch bei viele ein mg geschützt bitte recht sondern kann ich immer noch passieren sehr gut aber der stück also wird auch ein raketenwerfer auf der karte sieht man hat habe ich gefunden da war eine medaille ach ne medaille zum zum ausgeben ja für die dinge müssen wir die auch noch behalten muss man damit überleben mit auch nicht angezeigt okay weiter im text so wie ich so ging dann nehme ich an explodieren wenn man da auftritt ja ich hoffe wir müssen irgendwie sparen irgendwo läuft ja schon irgendwo herum ich habe nicht die richtigen stäfe für dieses wasser das habe ich auch schon oft gedacht da bewegt sich irgendwas alles statt ja und packt sie hin ich habe ein geschützter empfangen aber da kommen welche ich habe mich aber mein schützt man sich darum ja wir sagen viel besser als ich mit den löchern kaputt machen wo ist das für ich jetzt schon wieder eine probe der druck ist auf mich jetzt da ist da ist dieser dahinten ob ich tue man mg geschützt platzieren dass uns erstmal ja alles platzieren ich tun die geschütze in adler tue ich auch so ich hoffe mal rein das hat überlebt so jetzt herumgekommen gehen wir mal auf abstand über da mein geschützt ist gerade weggegangen cool bleibt gefällig da stehen kollege oh gott ist natürlich riesig ich muss über das wasser gehen nein aber der hat mich voll gewonnen schottet gerade nein meine proben also auf der krank kotzen und da tut weh ich habe da sitzen auf den geschossen ja ich habe ein bisschen weg man da kommt natürlich direkt hier ja ich komme mir nicht raus glaube ich nicht ja man kann aber glaube ich nicht eine gute idee ich glaube sponsor gerade nein machen wir überhaupt schaden mit normalen sachen okay er kommt gerade auf mich ich bin die ganze norm rennen also aber ein geschützt war doch den ich habe mein geschützt gewonnen aber man nur bei Stürme woanders denn du Typ, du. Ich bin auf der Flucht, ich bin auf der Flucht, ich bin auf der Flucht. Boah, jetzt komm. Boah. He, he. Na, warte, dir mach ich noch ein bisschen Schaden. Nein, mach ich nicht. Warte, damit er weg von dir geht, oder was? Bist du in der Aura rumgekommen? Ich lande mitten auf ihn drauf und zerstöre ihn dadurch. Oh, man, ich, ja. Was war ein Timing? Geh weg, du blödes Fisch. Ich kann nicht aufstehen, oder nicht? Ja, so, so eine Beine. Ich bin tot. Vordere Orbital flackern. Boah, ich komme nicht dazu, meine Artikel, einzusetzen. Ich kann sofort, der. Na. Was war, ich will auch bestimmen. Müssen die erstmal aus dem Gebiet raussehen. Ich bin die ganze Zeit nur am Rennen. Oh. So, geh du da ganz hinten hin. Ich komme ja irgendwie nicht. Oh, man hat einen Minus bekommen. Das Ding. VWT H2. Geh doch mal weg von mir. Ja, bitte. Geschützt. Geschützt platziert. Oh. anders geschützt auch platziert aber es wird so leicht das lenkt ihr noch ab aber ich betont das macht deswegen fertig aber da geht es ja auch meine geschütze los dreck auf den dingen ausgezeichnet also ich brauche den raketenwerfer also nicht wenn wir schon sehen ich weiß ich weiß ich sehe den noch ein stück ich habe noch einmal getroffen aber ja keine ahnung ob er bringt ja dann würde ich mich machen natürlich gleich bauen meine ganzen proben sind noch irgendwo da draußen boah ich habe vorher der mich geklärt hat noch ein fröhliche verschnärkung ach ich bin heftig die teile auf höhere schwächkeitsgröße also war durchbruch wer vergarter eine probe wie kein versuch weiter nach hinten laufen immer weiter nach hinten laufen geschützt bitte kommen ich gehe zurück so geschützt doch allein sind auch noch gegner ist klar warum kann ich nicht hoch weil mir lohnt sich mal gewandt so kloster gerade die falsche richtung glaube ich wo bist du mein geschäft ja das ist demokratie so so weit weg was er noch eine sache weiter dahin ich mal danach suchen werfen ich brauche alles naja ich brauche keine spritzen aber granaten werden nicht schlecht ja wir haben so geschafft aber schon wieder keine proben außer seltenen wir wollen nur noch zwei proben noch so weit am glitzern okay ich habe gehört ja das werden bald wieder sein warum sieht man immer noch positionen bei der rotaum leuchten vielleicht irgendwie in ein anderer deine pistole wo es kommt ich mache mein geschütz bereit wo kommen sie da hinten kommen sie immer weg da ich will aber mein gut für genau da mein geschützten patient sondern dann noch am eingang oh mein gott aber mein geschütz ist schon weg ist klar ich bin mal reingang er kommt ja nicht durch wir kommen ja auch langsam am eingang ja 20 sekunden nach Hause zu gehen ich habe keine zeit zu trauern hat sie gestern ich auch verbleibende mission 240 prozent 1200 schwach ist er könnte und zwar so eine orange probe halten aber er ist am leben und das ist das was sie jetzt ich möchte mich doch wieder mit einem fingerpistolen auf der linken seite oder auch nicht jetzt zu spät